Sinsheim Drei LKWs fahren auf der A6 aufeinander. Bei einem Auffahrunfall dreier LKWs wurde am Donnerstagvormittag zwei Insassen eines kleinen LKW eingeklemmt und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz nach der Auffahrt Sinsheim. Nach den ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei musste ein 40-Tonner Tanklastzug verkehrsbedingt abbremsen, worauf ein nachfolgender kleinen LKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auf den unbeladenen Tanklaster auffuhr. Auch ein italienischer Sattelzug konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf den kleinen LKW auf. Die zwei 39 und 52 Jahre alte Insassen wurden in ihrem kleinen LKW eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr Sinsheim musste beide aus ihrem Führerhaus befreien. Nach ihrer notärztlichen Versorgung wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr auf eine Länge von rund 6 Kilometer. Der Sachschaden beläuft sich nach den ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro.